Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Star Wars I The Survivor. Wir haben damit aufgehört, dass wir hier diesen tollen Druidenkampf gehabt haben. Und wir sollten hier mal das Labor weiter untersuchen. Moment mal. Also nicht da unten waren wir ja gerade. So, Heimatjump. Hey, da unten ist was. Er hat Taubisch gesehen. Nein, 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 nein. Ah. Nicht? Komm bitte jetzt hier runter. Hier auf der... Hä? Da auf der anderen Seite war doch was. Dann komm ich auf die andere Seite runter. Vielleicht hier so hängen lassen. Nein. Ah, fuck. Wie mache ich das schlauerweise? Hm. Nice. Und, was kriegen wir? Wehkeitspunkt. So, die Frage ist... Wie komm ich... Oh, warte mal. Wäre das eigentlich the way to go gewesen? Wo geht das hin? Wow. Oh, Mann. Gut. Oh, Mann, will Gott auch funktionieren. Beim zweiten Mal. Nein. Nein, nein. Oh, 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 oh. Noch haben wir es nicht geschafft. Wie fies. Das muss ein schlechter Schad sein. Gute Arbeit, Kumpel. Sektor 5 Delta. Keine Anomalien. Scan läuft. Also bezüglich Anomalien, ne? Keine Anomalien. Da sind ein paar Sachen kaputt hier. Mach dein Ding, Kumpel. Der Himmel ist kaputt. Oh, ja. Bitte speichern. So. Einmal safen. Dankeschön. So. Punkte würde ich erstmal keine ausgeben. Ach, warte mal. Bist du okay? So weit, wie man es erwarten kann. Denn viele Zyklen lang hat sich niemand die Mühe gemacht, mit mir zu sprechen. Faszinierende Daten. Ich kann Ihnen helfen. Unten in dieser Anlage befindet sich etwas Wertvolles. Danke. Mal sehen, was wir finden. Äh, okay. Und das war die unteren Ebenen. Alles klar. Ähm, du bist defekt. Oder kann man halt noch nichts machen? Und was ist das hier für... Oh, no. Irgendwas sagt mir, dass ich das verkacken werde. Oh. Ähm. Da muss ich schnell sein. Nein. Was? Was? Nein, 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 nein. Nein, nein. Was machst du? Äh. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ah. Ich hab's doch gesagt. Ich verkack das. Okay. Dann hat es mich jetzt hier einmal erwischt. Okay, weg da. Sind wir hier sicher? Wir sind das Erste. So ein Scheißteil. Ach, und hier das Gleiche nochmal. Okay. Wir sind noch nicht am Ende. Wir kriegen das hin. Okay, der erwischt mich jetzt. Ja, aber wir überleben das. Oh. Okay. Also weiter rüber macht eh keinen Sinn. Wieso? Ja, da unten, das Teil ist noch rot. Gut. Okay, wir tun uns hier mal heilen. Ja, mach sowas. Ach, no. Nein, nein, nein. Alter, falsche Richtung. Mann. Babura. Einmal mit Profis. So, und diesmal richtig. Nein. Nein, aber was? Wieso? Wieso? Ah. Ich schaff das. Diesmal richtig. Nice, 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 nice. Yes. Ich glaube, ich hätte mich da hinten fallen lassen sollen. Nein. 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 Ich glaube, er, wie Gosh ist das. Das ist ein schön. Ich bin. glimpse. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Du 사진 달라. Okay, nochmal Aber jetzt erstmal hier fallen lassen Was haben wir hier? Oh, wir haben eine große Kiste da vorne Lass mich raten, ich sollte da nicht drauf gehen Mach's mal lieber nicht Ah, hier könnte ich dann wieder anfangen Hier ist ganz viel nix Ich probier's mal ganz kurz darauf Oh ne, passiert gar nix Ja, suchst du mich? Eindringlinge, keine Sorge Ich bin nicht für den Kampf programmiert Das weiß ich zu schätzen Mh, danke So, wie? Ähm, okay Jo, das hat nicht funktioniert Aber wie kann ich denn das da umgehen? Hä? Ähm, nochmal Ah, fuck Ich will's doch rüberschaffen Einfach frühzeitig Double Jump Yes Ist elegant, aber es hat funktioniert Oh, geil Dann wären's dann sieben Von denen kann man nie genug haben Ja, das stimmt Nice Ach, das war schon das Gedicht Oh Okay Na dann Machen wir weiter Das war also das Wertvolle Oh, boah, boah, bitte nicht verkacken Nice Sind hier wieder Sachen, die mir wehtun Äh, ich glaub diesmal nicht Oh, da oben ist ein Druide Was sagen wir dann gleich mal Hallo Oh, da konnte er nicht mal was sagen Ich find das eigentlich ganz witzig Hm Hab ich nichts gesagt Oh ja Abkürzung Bitte, danke Ach, nach da unten Warte mal die Zwischenplattform da Meinst du, hat's da Goodies Ich schau mal kurz nach Na, haben wir hier was Sieht nicht so aus Okay Dann, äh, wieder nach oben Bitte Oh, seht mal Der Jedi Du solltest nicht hier sein Nein, nein Zu nah So witzig es ist Gegen etwas kämpfen zu können Rabies wäre wohl nicht begeistert Wenn du näher kommst Also verschwinde Jedi Ach komm Mach's doch mal hier auf Ähm Mutig bist du Das muss man dir lassen Mutig bist du Dass du noch da bist Also verschwinde von hier Ja, ja Wir sehen uns gleich Bin ich mir ziemlich sicher Äh, tut sie mir weh? Ich hoffe nicht Okay Okay Nice Alle, komm Dann werden jetzt immer Alle erledigt Oh Okay Praktisch Ähm Ich geh noch zu dir rüber Nein Was haben wir da auf der anderen Seite Nice Nice Mach's 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 Gold Matico Ähm So Nein Ach man Ich will zu dem anderen Komm mal rauf da Sehr gut Sehr gut Ähm Hier rauf Komm Ähm Was Uh Also das ist der Roboter hier Letter Fund Bringen wir sie zu sie Ähm Doch Genau Jetzt Werte Werte Schaden Kaffe Aktiviert Ein Und noch Okay Nice Alter Einfach mal Alles abgetrennt Klingt als würden sie da vorne Irgendwas wichtiges bewachen Oh Da rauf Dankeschön Machst du jetzt das Teil hier aus Ach nee Da geht's jetzt nach oben Ähm Okay Moin Sie können das Labor nicht betreten Warum nicht Alles okay Sie dürfen nicht hinein Ich glaube nicht Dass ich schon mal einen Jedi gesehen habe Ach gleich wirst du einen sehen Nice Sonst irgendwelche Goodies Nee Also das wird ein Jumpfest hier werden Okay Alla Jo Jo Lass uns die Datendisks zu sie bringen Warum sind die Datendisks hier? Okay Du bist einmal Oben aktiv Und einmal unten Ich würde sagen Ich jump rüber wenn's Naja Hab mich trocken Was soll's Äh Darüber Wenn doch Doch werde ich Ich bin Geflogen Ich bin Ich bin Geflogen Ich bin Geflogen Und auf mein Geflogen Nice. Was haben wir hier? Das ist doch nur ein Rohr, oder? Zerstörte Wand. Was? Das ist ein Rohr. Okay. Ja, nicht weiter hinterfragen. Ihr habt sonst... Keine Secrets? Okay. Okay. Ja, dann. Schwingaktion. Yes. Fuck, nö. Nice. Ey, bleib oben. Ach, nö. Schon wieder sowas. Nein, nein, nein. Oh, nein. Jedes Mal wieder. Okay. Wow, was zum... Äh, 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 scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Nein. Nein. Okay. Halt. Dann mal nach oben. Ja, ich weiß, das hat uns getroffen. Nein. Okay, runter hier. Und dann jumpen. Okay. Und jetzt? Ah, okay. Ich brauche Hilfe. Hey, servus. Und tschüss. Äh? Nach da oben nochmal? So, ähm... Ach so. Ah, praktischer Aufzug. Es wird jetzt wieder so ein Jump-Ding. Ja, nein, 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 nein. Okay, schnell, 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 schnell. Okay. Okay. Wir wollen uns auf gar keinen Fall reinlassen. Ja, aber wir machen uns einfach einen Weg. Nice, safe point. Bitte einmal safen. Sehr gut. Irgendwelche Sequels hier hinten. Ähm, sieht nicht so aus. Mal kurz die Karte prüfen. Nö. Und da hinten... Können wir dann vermutlich wieder Abkürzung freischalten, wenn wir in den Raum reinkommen. Äh, okay. Alles klärchen. Welche Richtung? Wurde ich hier lang? Und einmal doch nach oben. Oh, geil. Ja... Dich. Kann man durchschneiden. Geil. Abkürzung. Und jetzt? Ach so. Einmal schwingen. Komm her. Uh. Sie waren jahrhundertelang ungestört. Bis die Raider kamen. Ich glaube, das wird wieder Buskampf hier drin. Ein Buskampf. Diese Tür ist kaputt defekt. Beziehungsweise... Ah, nicht defekt. Verklossen. Sie geht von hier nicht auf. Wir haben eine Werkbank. Brauchen wir nicht. Nicht das. Das wird Cod over interessieren. Mir wurde etwas Interessantes versprochen. Oh. Fuck. Unsichtbar. Oh, oh, oh. Alter, ich muss mich halten. Erlaubt sich mal machen, das ist unfair. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Was genau machst du? Oh, geil. Sehr geil. Barrierstangenkampfstil erhalten. Karl kann den Kampfparrierstangenkampfstil einsetzen. Barrierstangenkampfstil langsame und wuchtige Angriffe und hast eine höhere Ausdauer zu Verteidigung. Okay. Ähm, ich übernehme. Ich werde gehen. Ich bin der beste Pilot für diese Mission, das wisst ihr. Jedes Schiff, das wir in den Abyss geschickt haben, ist spurlos verschwunden. Wir gehen zusammen. Ich lasse es nicht zu, dass ihr dieses Risiko alleine auf euch nehmt. Das ist eure Erfindung. Verregelt. Niemand sonst versteht sie. Ihr seid die Einzige, die mich zurückführen kann. Okay. Ach, da ist ja jemand. Moin. Kommst du? Ah, dann halt nicht. So. Das andere Ding, ist das jetzt auch offen? Ist er im Kampf nicht verfügbar? Ah. Oh ja, safe. Ähm, ja. Ich würde mich gerne mal ausrühren. Sehr gut. Und nicht jetzt. Verschlossen. Moin. Echt nicht? Warum liegt sie dann am Boden? Oh, okay. Nice. Ah. Ich juck's grad. So. Moin. Oh, cool. Komm schon. Komm schon, komm schon. Ich glaub, da kommst du dir das nicht so ganz meins, auch wenn er extrem wuchtig ist. Tut mir leid. Aufpassen, dann. Aber er fetzt schon. Ähm. Stärke ist halt maximal, ne? Und dann machen wir hier mit Blaster. Erstmal so. Schauen, ob das, ob das was wird bei mir. Du, ich hätt hier gern die Abwürzung. Sehr gut. Und einmal das Ding hier aktivieren. Hä? Wann sind wir ja wieder beim Schiff? Ähm. Okay. Ja, aber... 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 Wir haben doch jetzt überhaupt keine großen Infos jetzt hier gekriegt. Ich mein... Hä? Hier drin ist irgendwas. Ich hab doch... Ich hab doch nichts übersehen hier. Ähm. Kann ich nochmal... Also hier steht ja versperrter Weg. Wann sagen wir mal hier. Nicht verbundene Seilrutsche. Okay. Okay, wir... Gehen mal... So, ich kann jetzt da nicht schnell hinreißen, ne? Wo ist denn der nächste Punkt? Der ist gerade da unten. Ey, wie sinnlos. Kannst du mal... Kannst du mal... Raufkommen? Kommst du? Ist mir der Seilrutsche, probieren wir nochmal. Moin. Kannst du gerade wieder nach unten fahren, bitte? Hallo. Dankeschön. Das ist genau da, wo der Stahl reingeht. Da würde ich ja gerne wissen, was los ist. 2, 3. Einmal Schnellreise. Äh... Schnellreise. Dankeschön. Und zwar... Wo genau war das jetzt? Hier, ne? Ja. Boom. Ja, dann. Angriffen. Sieht jetzt aus, als würde es da oben irgendwie weitergehen. So, nicht verbundenes... Ey, von wo würdest du dich verbinden? Äh? Ach, von da hinten. Und da kommen wir halt noch nicht hin. Und hier ist... Hast du was entdeckt? Sehr schwer. Ich glaube nicht, dass ich das bewegen kann. Nee. Ja, schade. Dann, ähm... Dann mal hier unten. Ich glaube, da soll ich nicht hin. Ja, gut. Dann tun wir das, was das Spiel sagt. Dann... Gehen wir auf den Planeten runter. Dann reißen. Dann reißen. Kann ich hier eine Sternreise machen? Ich kann. Äh? Muss ich den Punkt da oben komplett übersehen? Moin. Ich hätte gerne gesehen, wie du früher auf Bracker Schiffe ausgeschlachtet hast. So. Wir machen Abflug. Okay, was machst du das? Da hin. Kurs auf das beste Wasserloch von Kobo. Hahaha. Hast du dir die alte Technik angesehen, die Cal in dem Labor gefunden hat? Konnte nichts damit anfangen. Vielleicht passen ein paar Teile zusammen, wenn wir uns Deggans Zuflucht auf Kobo angesehen haben. Die Leute kommen nach Kobo, wenn Dinge kaputt sind. Nicht, um sie zu reparieren. Was ist mit dir, Grace? Falls das heißen soll, dass ich als kaputter Latero nach Kobo gekommen bin, liegst du falsch. Ich brauchte nur eine Pause von euch allen. Ähm. Bist du jetzt stuck? Oder? Setz dich, Cal. Achso. Okay. Jö, dann wären wir wieder doof. Mit dir gibt es noch ein Gespräch. Sei bei diesen Steinnadeln vorsichtig, Cal. Was hast du gehört? Die Basis der Raider dürfte nicht weit entfernt sein. Danke für die Warnung. Naja, damit kommt man schon klar. Laut Meister Cordovas Nachforschungen gibt es im Osten des Tals eine verlassene Siedlung. Sehen wir sie uns mal an. Du meinst aber nicht die Siedlung, wo ich schon mal gewesen bin. Da müssen wir hin. Ach, da war der Riesenvogel und der Vogel ist jetzt dann vermutlich weg, oder? Ja, okay. So, wir brauchen ein Reittier. Können wir da aus dem Stall einfach eins nehmen? Geht das? Moin. Yes. Sehr geil. Ähm, ich glaub wir müssen... Ja, welche Richtung gehen wir denn jetzt am besten? Ja. Ist ja noch vorne. Äh. Willst du was von mir? Oh, du bist ja auch mal eine interessante Farbkomme da hinten. So, da nach hinten. So, wo genau... Ach so, da oben. Hm, wir gehen hier falsch. Wir gehen mal da rauf. Äh, ja, chill mal. Wir gehen da nach oben. Na, komm mal da rüber. Yes. Geil. Abkürzung. Ich glaub, ich brauch... Oh, guten Tag. Nee, bist du nicht. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo ist der andere? Oder? Oder... Haben wir schon nicht. Äh? Oh, wo ist der? Oh, das ist ja oben. Ah, was haben wir hier? Secret. Nein, bitte nicht runterfliegen. Das ist einfach nur... Und ausgucken. Komm, schieß nochmal. Was ist schießen? Erschieß? Äh. Bist du es nicht wert? Lol. Schaut euch das mal an. Und eine Kunst hier. So, ich besuch dich jetzt mal. Die Droiden sind einfach nichts wert. Gebst du oder bist du tot? Das hast du gespürt, was? Füß dich. Verdammt. Nice. Ja, das mit den Blocken ist echt nicht so schnell mit der Variante. Ah, mit der anderen Variante. Lol, der ist gerade aus dem Boden auftaucht. Äh, hier aufmachen. Ach so. Abkürzung. Nice. Hello. Nice. Du da oben. Wow, 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 wow. Was zum... Ach, ne. Fuck, der hat jetzt gewirbelt. Und der hat wieder gewirbelt. Alter, fuck. Alter. Oh, nein. Fuck. Ach, man. Das war jetzt überhaupt nicht vorbereitet. Komm. Nein, das ist jetzt nicht dein Ernst. Ah, Mann. Kann ich den ganzen Weg nochmal laufen? Geil. 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 Bist du was, liebe Leute? Ich glaube, wir machen an der Stelle schon mal ein bisschen frühzeitig Schluss. Ich werde dann mal da hinten hinlaufen und werde den Savepoint nochmal freikämpfen. Und ab da starten wir dann nochmal. Und machen den Buskampf. Und damit es dann weitergeht. Das glaube ich war ja eh richtig, dass wir da hinten waren, ne? Ne, wir waren da oben. Wieder Herstellung. Wir hätten eigentlich da runter gehen müssen. Hm. Das war optional. Mit jetzt zu uns Punkt. Mit jetzt zu uns Punkt. Aber die haben wir nicht freigeschalten. Und ich laufe da trotzdem nochmal da hinten. Und dann schauen wir mal, was wir hier oben noch haben. Bevor wir dann hier weitermachen. Irgendwie so. Ach, so ein Shit, dass wir jetzt wieder hier hinten sind. Naja. Wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Und wenn ihr ganz will seid, könnt ihr sogar Kanalmitglied werden und die Episoden schon im Vorhinein sehen. Bis denn dahin. Möge die Macht mit euch sein. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen. Und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da. Und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann. Euer Brabura. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.